. Joel. Du dich bitte kurz prägnant selber beschreiben. Was machst du? Wer bist du? Woher kommst du? Also Shabi. Ich bin der Joel. Ich bin... Kreismohler. Kreisdance. Ich bin 26. Single. Wichtig. Trotzdem sexuell aktiv. Das ist auch wichtig für euch. Und ich habe Depressionen hinter mir. Quartalife-Crisis sozusagen. Einmal mehr. So ist es. Depressive Neigungen. Sprich gerne Sex mit traurigen Frauen. Und... Was willst du noch wissen? Ein langer Glaub, danke. Ja, weiss ich auch nicht. Das ist... Geiler Matsch, oder? Ich bin gerade in der Liste am Open Air aufgetreten. Ich habe aber noch schnell Zeit gefunden, hierher zu kommen. Und... Absolut, absolut... Und... Und... Da habe ich... Auf der Mecciani. Das ist ein geiles Sieg, der Mecciani. Das ist wirklich ein geiles Sieg. Ja, voll, voll. Das hat gerade noch gefilmt. Und aufgenommen im Studio mit... Bonnie Rotten! Kennst du Bonnie Rotten? Nein. Du bist ein Powerstar, das ist geil. Du wirst ihn dir noch vorstellen. Das ist gut. Jui, jui. Das ist voll crazy. Willst du die Stimme vom Bachelor erzählen? Ist das Bachelor-Stimme gewesen? Ja, Clint Dempsey. Bäh, bäh, bäh. Das ist schnell das Gleiche. Der Bachelor ist sich noch uneinig. Was würde der Buja dazu sagen? Der Buja? Ja. Brate, der Buja ist... Vor dem Start da. Fifa. Mega gut spiele ich. Noch nie in meinem Leben habe ich Fifa gespielt. In meinem Leben noch nie. Hat der Gäste erzählt. Nein. Der Rasen ist super schön. Auf dem Rappers Video ohne. Nimm mich an, oder? Der FC Rappers Video ohne. Ja, sicher. Brate, ich mache alles kaputt.